Oh Mann. Die sterben hier wie die Fliegen. Oh Mann. Hey Cooper Mann, herzlichen Glückwunsch, dass du dabei bist, ey. Haben wir mal Konfetti hier, Leute. Ey, der Cooper. Cooper ist dabei, Leute. Konfetti. Sehr schön. Mops-Geschwindigkeit. Alter, ist jetzt wieder Pagi hier. Komm mit mir, mein Jünger. Komm mit mir. Ich geh vor. Lauf. Die Wurst sich auch immer so abrupt auf... Scheiße. Scheiße. Oh mein Gott, das ist ein Scheißfenster. Oh mein Gott, Alter. Wie beschissen war denn jetzt das? Ja, gleich geht's weiter. Ja, gleich geht's weiter. Ja, ja, ja. Nee, ey. Die Men. Die rasiert, ey. Die rasiert Killer. Ich glaub, diesmal ist es im Basement, oder? Oh, diesmal schafft das. Ja, diesmal schafft das. Ja, diesmal schafft das. Oh, schade. Oh nein, das ist aber ein dumm Dödel, ey. Oh. Oh. Sing mal mit deiner tiefen Stimme. I'm only human after all. I'm only human after all. I'm only human after all. I put the blame on me. Yeah. Zur Seite mit der Mörmer. Weiche zur Seite, du Schakal. Aus der Kutsche mit dir. Oh mein Gott, die Kitzel, Digger. Meine Zunge, Kitzel. Scheiße, Leute. Da trennen mir die Augen, Alter. Heilige Scheiße, meine Zunge. Alter, Freude. Hätte ich mich auch für entschieden. Tschüss. Es trifft natürlich wieder die Asiaten, Leute. Es ist halt wieder, es ist halt Hashtag kein Rassismus oder so. Schau mal die Kurvenlage an, Jungs. Die Kurvenlage. Vor sieben Minuten. Herr Hotfixes, Ladies and Gentlemen. Yes. Fuck you, Killer. Oh, sorry. Tut mir leid. Oh, Pixelfeder ist da. Tut mir leid. Wenn du möchtest. Okay, tschüss. Du kannst deine Maus noch so sehr rumreißen. Dein Charakter bewegt sich immer gleich. Ich kann auch so machen. Und in Wirklichkeit stehe ich einfach nur auf der Stelle und gucke drumrum. Und so sieht das aus, als würde ich hier gerade übelst rumdancen. Aber in Wirklichkeit stehe ich einfach nur da und mache so. Mit dem Kopf. Den mache ich auch nicht. Oh mein Gott. In der Drunk. Einfach nur rein. Er reißt halt die Maus mit. Oh. direkt neben einem haken leute zu schade da war gerade eine pfanne fahre soll ich haken ich krieg fest ich stehe wieder komm hast es verdient die leute bescheid wissen ich bin an der palette study 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 Ja, mach mal, mach mal, mach mal, dass das unterbricht ist. Los, go, go, go. Ja, bist du frei? Komm! Ist der gerade wieder runter? Oh mein Gott, was ist der Idiot. Oh, Chinesen, Leute. Chinesen. Die war unterm Boden. Ich dachte, der hat die weggenommen. Die war unterm Boden. Ich dachte, der hat die weggenommen. Yo, Alter, die war... Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken. Alter, die war unterm Boden. Der hat sich doch hier gebückt. Die muss weg sein. The fuck? Das könnte der letzte Generator werden. Ich brauche wieder Klör, wieder ein bisschen. Ich höre nicht so ein Klör. Oh, du bist ja da. Was machst du denn da? Eben mal, wenn die Kakao-Tögel getwistet. Und du lässt ihn auch noch mal platzen. Er kommt dir, ja? Ja, bleibt mal da stehen. Bleibt mal genau da stehen. Lol. Oh, sick! Er droppt mich noch mal. Er droppt mich einfach zweimal. Ja, aber erst mal einer rein. Ey, wir haben mich zweimal droppt. Wir droppt mich jetzt ein drittes Mal. Ich hab zweimal nicht gedrückt. Fuck! So. Was? Ich hab getroffen, Quiz! War zu spät, ja? Nee, das war nicht zu spät. Das war nicht zu spät. Was? Was? So, was ist das für ein Song? Oh, mein Gott, sorry. Wie lange hab ich geschlafen? Oh, mein Gott. Das ist ja mal ein Song, Alter. Yo, what the fuck? Das drauf, hier gibt's auch Russisch. Da waren wir's geschrieben. Die Palette ist auf der anderen Seite! So bist du wieder da. Boah, ich dachte, die Palette wäre hier auf der Seite. Na gut, find's gut, man. Ja, kannst du immer stunnen? Ja, da ist schon mal unterwegs. Ja, jetzt, jetzt, jetzt. Oh, 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 oh. Wow, Twist. War gut, oder? Ja, war gut. Genau, machen ein paar Hits noch, Jungs. Ja, genau so will ich das sehen hier. Uuuuh, er wollte mich fallen lassen, hehehe Ich hing schon wieder fest Jaaa, man kommt da! Jaaa Warum dürfte er nicht fallen, da hast du immer gesprochen Jaaa, Alter Na, ohne Witz Twist, du kannst, ey, kann dir keiner erzählen Was ist das? Was ist das? Ja, muss ich übernehmen, wurde doch gesagt Äh, was ist das? Ja, Alter Als ob mich dieser Baum Da so wegblockiert I don't give a fuck Oh ja, komm, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber Und, kling, 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 kling Und, kling, 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 kling Kling, kling Der steht auf seiner Falle seit 10 Sekunden, juckt nicht mehr, ne? Toller Patch, dankeschön Danke, Merkel Ich hab' bei meinen Meyers Nöd Also, kennt ihr das bei so Chefen oder so? In solchen Filmen, die dann einfach so auf so einen Knopf drücken, dann ist der Typ gegenüber so durch ein Fallloch einfach so Dann geht die Luke unten auf und der fällt einfach runter Das würde ich jetzt einfach bei Cyber Dancer machen, so Also, ich hab Meyers mit Nöd Nein, egal was Selbst so ein Reifen werden empfindet bei Meyers Meyers Wasserhals Manchmal, er wird schneller als ich, oder? Na, du bist die Obsession Ich häng' fest Ja, ich bin einfach auf der Stelle hängen geblieben Einfach, einfach so Ja, lachst du nicht, lachst du nicht Lass dich stehen Ja, verkackt Ich bin gerade Legend Hast du's mit Bomb gesehen? Auf der Stelle hängen geblieben Ja, momentan nicht abgecampt Ich werd' abgecampt dafür Also sieht man deinen Namen, das mein' ich Guck'n wir mal hier Passt halt Nein! Nein! The Claire heißt Pascal? Nein! Ich heiße nicht The Claire? Also, hab's ein Schlimmeres erlebt, Leute Da wurde schon Schlimmeres geleakt von den Streamern Manche Streamern, die ihren Dick rausholen 1100 Stunden in dem Spiel Ich hab genug gespielt Ja, ich hab 1100 Stunden Ich weiß, wie das ist Vor allem, wenn die dann auch noch alle Anti-Mates sind In der Luft In der Luft zerrissen, die alte Sau Aber ich denk' mal, wenn man so zwischen Killer und Survivor immer wechselt Ist das ein gelungener Ein gelungener Wechsel, Leute Ein gelungener Wechsel Nicht Schlachthaus, sondern diese Kuhstein Und da gibt's auch einige Paletten Jaaaa Was, Alter Ich bin zu fett für diese Lücke Ja, alles klar Fuck you Wollte sie umsenken und da für Millie gehen Ja, fuck you too, Alter Hebeli, Mann Aber nicht so fett hier Die schaut nicht nach hinten, Leute No regrets Die rennt geradeaus Die schaut... Kein Blick zurück Wir sind in Frankfurt Cheers, meine Damen Okay Na, Leute Versucht es Ich bin in Frankfurt Wenn ihr mal ein Glück versuchen wollt Vielleicht bist du ein Re-Sub Kev, dann drück mal F5 Und guck mal, ob es um den Chat angezeichnet wird Dann kannst du es anzeigen lassen Press F5 If you are happy And you know it Press F5 If you happy and you know it Press F5 If you happy and you know it And you really want to show it If you happy and you know it Press F5 Stop, Stop Swift Air Wo ich liege Alter, guck mal allein schon wo ich liege Das kannst du keinem erzählen Wahrscheinlich Das kannst du keinem erzählen Wahrscheinlich. Heavy tank. Heavy tank, my habitat. Oh my god. Oh my god. Löt sollte auch sein, oder? nuclear lightning und cute das haben um ein euro noch gespendet haben glaube ich gerade zum dc rein oder jedenfalls also cute das 2012 haut ein euro rein nur weil du es nicht gebacken kriegst ein paar survivor ein bisschen fertig zu machen ich bin michael meyers phase 3 und schaffe es nicht eine zweifel innerhalb von einer minute zu töten und deswegen quitt ich das game hat wahrscheinlich auch noch nicht dabei nur ich habe den überblick darüber hey mrs fachig also ich will jetzt nicht behaupten dass du irgendwie schleifbohren acht hast oder so aber kann es sein dass du unter dem boden kann es sein dass die alte lightboard acht hat in den letzten wochen was soll ich schon zwei wochen da ist eine woche her da habe ich eine runde loll gezockt ja ich habe wenn habe ich ihn gespielt ich glaube ich mal blitzcrank blitzcrank mein alter men blitzcrank habe da irgendwie 12 1 gespielt oder so ja ich bin als support bin ich nicht so geeignet ich bin ich blitzcrank spiele bin ich mehr so der rasierer der klemmt mein sitzkissen an meinem bein ist nervt oh mein gott alter 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 schreckt ich bin mal nicht so ich wollte das surprise oh gott hier komme ich nicht durch muss so schnell möglich zu diesen eingang ausgang Willkommen im spiele-spiele-paradies oh mein gott alter wo steht ihr denn rum könnt ihr euch mal oh die lassen sich alleine viel zert dafür dass du die meck gerade zweimal befreit hast lässt die dich jetzt schön sterben tschüss Leute die hat jetzt gerade die meck zweimal ich kenne den keller ab so lange ja irgendwo hieß ne falle ja guck mal ne Ameise guck mal diese kleinen lebewesen wieviel uhr kommt das update beziehungsweise der patch nach dem des stream 19 20 uhr so sieht man sich dass ich an den namen wenn man streamer ist tv der des stream heißt dead by daylight also der baum blockiert meine kamera zoomt so ran wegen dem baum ich habe medikett im handgelenk und habe es nicht ausgerüstet wie so eine uhr trage ich das medikett und ich habe es nicht früher war alles besser früher habe ich auch noch deine sounds wahrgenommen läuft der wie sau bei dir klar damals war alles besser buggy destrikes durch mit iron grass 10.000 bei drängen zwei Leute im basement nurses mit iron grass 10.000 job also bei mir läuft ich mach die nurses claw taktisch clever durchdenken okay leute mein gott du musst gehalten ich meine natürlich Ich wollte jetzt eigentlich nicht retten. Lauf und ein Leben, Windy! Er ist stuck. Windy ist stuck. Oder? Alter. Der Backflipus. Ey, du bist einfach dummig durch. Wir stehen wieder. Los geht's. Hi! Alter, du weit! Wie als würde er auf so einer Triangel? Ich hoffe, du kommst da weg. Leute, wir haben Home. Hast du ihn benutzt, ja? Hallo, kann ich jetzt kommen? Wo sind die T450? S? S? Und natürlich alles mit Käse. Pizza, Käse, Käse. Also war alles lecker an euch. Das ist doch super lecker. Gucken wir mal ab. Bing! Gott, der sieht nix mehr. Wie er sich einfach nur noch umdreht, gegen die Wand läuft. Oh mein Gott. Alter, aber gut, das ist Karma. Killer. Den können wir direkt mal mit rein tilten, oder? Vor allem ist der doch langsam. Bing! Guck mal da! Jawohl! Bing! Bing! Hier und wieder weg! Alter, der macht nix! Oh, Streetwise Springs, Leute. Guck mal, wir haben da echt wenig verbraucht. Blind. Guck mal her! Guck mal her! Warte, hier. Guck, guck! Blind. Der ist so... Ey, da ist das geil. Oh mein Gott. Ich habe meine Waffe gefeiert. Ace hat Plünderer, stimmt. Nee, hab ich nicht. Auf Ace hab ich doch keinen Plünderer, oder? Never. Nee, hab ich nicht. Alter, das wäre es jetzt aber auch gewesen, du. Ah, ich bin die Ace! Ach so, wir sind doch gar nicht ingame. Okay, wunderbar. Alter, ich wollte jetzt gerade schon sagen, ey. Er sieht nix. Warte, warte, wir warten doch. Ich bin... Schau nicht ins Blitzlicht, Alter. Schau nicht ins Blitzlicht, Alter. Alter, die... Das fuckt die echt so hart ab. Oh Gott. Der Insta-Wall... Ja, ich wollte mich ja nix raffen. Der Insta-Wall ist gebliebling. Ja, ich hab Tränen in den Augen, ich seh nix. Ja, Alter. Das ist auch einfach viel zu gut, ey. Blin-Blind. Blin-Blind. Er ist doch blin-Blind. Mit der Taschen-Napel kann ich auch auf Head and Field Überlebensystem haben. Obwohl es hier so wenig gibt. Blin-Blind. Alter, da hat's ja sogar Open Field hinhalten. Blin-Blind. Blin-Blind. Jetzt... Ja gut. Geh doch. Geh doch. Oh, ich hab keine Taschenlampe. Was ist mit Twistos, Feieros, den Dritten los? Ah, das hat sich gereimt. Okay, bin weg, sorry, aber ich halte Klörnig aus. Oh! Oh! Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Ich bin im JS gemutet. Ey, warte mal hier. Okay, bin weg, sorry, aber ich halte Klörnig aus. So, Leute, wir suchen ein Totem. Glühendes Totem irgendwo am rumstehen. Mach die Augen auf. Alter, hör mal. Headset, machst du mich irgendwie enger eingestellt? Du schnüsst mir mein geiler 72er-Muffi her. Fickt euch, Leute, ne? Ums Ecklaufen, dunkel. Alter, 72 Auer. Wurde doch das Fest mal beginnen. Ja! Was ist das? Was? Das ist geil. Wenn der Rest mal nicht gerafft hat, macht der nochmal den hier. Dann haben die Widerstehenden, dann rennt der nochmal los. Ja, und dann wird der Killer allmählich raffen. Aha, der schmeißt die Palette nicht um, dann versuche ich durchzuschlagen. Das sind alles so kleine mentalische Kriegsführungstipps. Beikler. T.M. Trademark. Mein Gott. Hi. Glühelische Wert. Am you run? Kakao. Was? Guckt ihn euch mal an hier. Sag mal du! Bist du irgendwie ein Camper oder so? Kann man dich mal hier so antippsen? Kann man dich auch mal hier antippsen? Kann man dich auch mal hier antippsen, Alter? Ihhh, Leute, mein Gesicht. Hahaha! Ja, das gefällt dir mal! Da müssen wir zensieren hier, da müssen wir zensieren. Oh ja, ne? Da steht der babbo-haftig. Ich zeig's euch. Ich war voll. Fuck! Ah! Wenn ich das getroffen hätte! Wer ist denn da? Wer hat das ausgehen können? Wenn ich doch getroffen hätte! Ich zeig euch mal, wie man gegen einen Camper gewinnt. Ach ja, scheiße. Ich hab' ja gesagt, man gewinnt gegen einen Camper, indem man so spielt, wie ich spielt. Mach' keine Anstatt, mich zu retten, ja? Wissen Sie, was ich auch vormache, was ich machen könnte, Leute? Zu nem Polizeiwagen fahr' und da rein geben, ich will schon wegfahren mit denen. Ich geh' einfach davon aus, wenn ihr euch eintragt, dass ihr auch das Game habt. Ansonsten... Ja, dann hättet ihr's wohl auf e-mail verkaufen. Aber ich kann ja nicht jedem hinterherrennen jetzt und gucken, ob der's auf e-mail verkaufen wird. Entweder... Kann man überhaupt aktivieren, wenn man das eigentlich hat? Was weiß ich? Ich bin gestorben. So, Leute. Wir werden übrigens auch bald neue Emotes haben, ne? Bei mir, Leute, werden wir bald eine... Oh, mein Gott. Ich krieg' in jedem Stream scheiß Herzinfarkte, ey. Und du willst jetzt ganz oft miteinander! So, abend. Arbeit. Hat er mich nicht gesehen? Ah! Das ist auf jeden Fall ne... ne tolle... Ein toller Winkel, den er da eingeschlagen hat, Leute. Der Winkel! Habt ihr gesehen, wo ich stand? Ein Glück, dass du dann das Heimisch warst. Ja! Alter! How much is the fish? Ne, das ist kein Kampfschrei. Das ist doch ein richtiger Filmschrei. Wenn die heulenden beiden so richtig kassieren. Und einschütten? Ihr sagt nicht einschütten? Hahahaha! Ich fühl mich gleich viel epischer! Hahahaha! 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 Alles klar, ich bin aber weg hier, ja. Hahahaha! Blöden Karte! Hahahaha! Die keiner haben möchte. Hahahaha! Trotzdem stönst du nicht so rum. Ist das? Komm wir gehen jetzt da runter, mach die Musik an, wir machen uns ernst, oh mein Gott, er kommt von da, geh runter, tust dich, leck ihn ab, okay, warte, 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 ich hole ihn runter, ja, der Mory mich zuerst, ja, tschüss, ja, tschüss, das tut mir gar nicht weh, das passiert mir täglich, irgendwann juckt es einen einfach nicht mehr, wenn man, weißt du, wenn man täglich gefoltert wird, ich hab nen Insta hier drinnen, oh, hättest du sie nehmen können, ne, me alone, ich hasse Nurses, ich glaube, dass sie Sanosophobie haben, ah, und wie ist die Nurses, so gut oder schlecht, ne, mittelmäßig, aber sie klebt, oh, mein God, dann nimmst du nen Ranger Kid mit, dann kommt ne Nurse mit Memento, okay, Triss, nimm meinen Ranger Kid mit, dann mach ich ne Lobby auch, was hast du denn, Eboni, ja, ja, ich bin glücklich, aber hier, Diva, Diva, Anna, dieses Profil ist privat, Walter, I do what I want, it's not your problem, aha, aha, ich mach, was ich will, niemand sagt mir, wo es lang geht, okay, ich bin eine Diva, und eine Diva lässt dich von niemandem etwas befehlen, okay, 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 befreit, ja, morgen ist Bergfest, wunderbar, oh mein Gott, alter, erschreckt mich doch nicht so, boah, boah, huu, alter, okay, ich hab was größeres gefunden, als nen, klöckert Englisch, ja, ich kann Englisch, ich hab nur diesen Akzent grad von den Dead by Daylight Däff nicht verstanden, ja, nailed it, Leute, Alles klar, Bro! Nailed it, Alter! Ehe und aufe, dass dieses kleine Klörbaby nach elf Monaten subgedeihen möge! Ahem! Gut, ich wollte euch mal meinen Husten jetzt grad nicht antun hier, mhm, Kakao! Ach, oh, ah, ah, ah. Ich war bei dem, der kann mich noch nicht mal Insta hochheben. was genau macht er da ich habe keinen namen der leckt man ja ich glaube auch könnte aber auch ins zu weit war sein wenn er auch leckt der ist gar nicht im keller erst weg bei mir ist er rausgegangen es könnte natürlich auch sein dass ein survivor leckt dann lenken auch die killer oh mein gott alter wie jetzt hat er den geschmeidigsten ding ja der ist immer ja ist das ein richtiger deutschheit habe ich ja ich habe über der hat richtig sweeten ping jetzt weiß er gar nicht was du hast wissen immer diese ausreden wegen lecks die hacken erst recht die hübel die hackt twist ich habe nichts mit ich bin ohne item wieder in die luft gucken das oder fliege schlägt ich trappe dich mal ok kein problem warte jetzt hole ich noch runter hier da geht mal weg da alter verpiss dich oh fuck das war nicht mehr plan das war nicht mehr plan hau und hacken hier ist keiner alter der hat schon überall fallen er hat mich nicht gehauen Leute ich bin halbleiblich rauskommt ihr da aber er ist ein anti camper das muss man ihn lassen es ist keiner von der sorte die den hook abcampen und sagen oh der ist jetzt meiner ich vertraue den ganzen paletten nicht fallen gestellt oh man ist das instant car manne oh shit brrrr das ist ja richtig geil jetzt haben wir die qual der wahl ok Leute natürlich gehen wir für saboteur verarscht das ist doch viel besser natürlich nehmen wir hat mich dieser witz jetzt gerade sprint burst gekostet hat mich dieser witz gerade sprint burst gekostet Leute die haut dir ein rein und du kippst um Leute was ist es oh ne ja ja die das blickst sich noch mit dir und du Ohhh Alter sei kurz Mann passt wieder Der sprayt sich erstmal ein, der willst du mich verarschen. Und müssen Mafia-Bosse immer männlich sein? Ne, aber männlicher als der geht glaube ich kaum. Naja. Ich weiß, du sagst jetzt nur, um mich zu testen, aber einen männlicheren kennst du doch gewiss noch, der vielleicht zufällig mit dir sogar im TS ist. Hä? Ja, du hast recht, ich stimme dir zu. Das ging richtig schwer bei den Lippen gerade. Der hat halt Unrelenting bei zweit, der hat mich genau auf der Linie umgeschlagen, ne? Wirklich, wenn ich Haare gehabt hätte, wäre ich über die Linie. Dann wären meine Haare drüber, aber wegen meiner Glatze konnte er mich nochmal aufheben. Heilige Maria Josef Gottes, Alter, hu! Siehste, die Glatze kann auch Nachteile haben. I have bold skin, I love bold skin. Wusstest du, dass Bold Glatze heißt Dwight? Äh, Dwight Twist? Dwight? Jetzt ist es soweit, jetzt heißt du schon Dwight. Und was heißt Boldness? Klörf fragt einfach, ob er... Tapferkeit! Klörf fragt einfach höflich, ob er 18 ist. Ich wollte sie antrappen für 1000 Punkte. Has not geklappt. Geh, hol sie runter, die Falle ist das Abend. Ja, das weiß ich. Ja, dann zack, zack! Du, wenn er dir nicht folgt, war's das. Der ist da! Oh mein Gott! Wie kommt der denn von da? Leute, was? Da! Wie kommt der denn von da? Ja! Wie hat der das gemacht? Äh, hä? Wow! Wow, hab ich mich erschrocken! Wow! Wow! Okay, hab ich mich erschrocken, Alter. Alles klar, Kollege, was du... Hohoho! Hä? Ja, ja, Monkey, die Ruffy. Entschuldigung, ne? Hab vergessen, da war ja mal so ne Teufel. Ist das böse, wenn ich nicht weiß, wo fein die sind hier? Guck mal, die könnte hier sein. Die könnte hier sein. Ah! Why does it always rain on me? Is it because I love... Ich würde noch ein bisschen körperliche Liebe brauchen, weil ich nach dem Stream dann... ein nach dem anderen hier, wie so ne Warteschlange übe. Okay. Akzeptiere ich so und lass es unkommentiert. Halleluja! Wow! Das war jetzt der Auftritt. Oh mein Gott, er dreht sich auf einmal um! Das hat so geleckt, ich hab mich rausgeleckt. Was war das? Ähm... Äh... Mein Gott, der kommt jetzt. Ken! Komm schon, der muss sich erst mal aufladen. Komm, 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 komm! Oh, 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 oh! Lol, ist der blöd! Oh mein Gott! Tschüss, wir sind frei! Lol! Der hat den kompletten Hirnabsturz! Alter, der hat den, Leute, mit dem ich gerade so... Äh... 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 Alter, der hat den kompletten Absturz! Da sind noch mal in ein paar Subs reingetrudelt, ne? Aber Master, dankeschön für die 2 Euro, ne? Oh, yeah! Ey, ich hab zu früh in die Szene gegriffen, ich wollte noch Oh, yeah! Machen, ey! Oh, yeah! Das ist ein Arschloch, lässt Leute fallen. Wunderbar! So, wie sieht's aus? Uh, genau passend, Leute! Alles klar! Oh, 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 Alter, ich sag dir, das war ein Delivery! Alter, der Mr. Seug, ich erst mal ein Dankeschön! Los, komm, 3 verschlappen! Ja! Es bin... Alter, wenn du 3 Strahlen ins Gesicht bekommst, bist du ja instant blind! Du warst aber instant blind, Alter! Sofort zu... Puh! Gehirn wegschmolzen! Gehirn wegschmolzen! Einfach weggebrannt! Mal gucken mal, ne? Ich werde auf jeden Fall heute durchspremen, Leute! Gestern haben wir abgebrochen, weil... Die ganzen Abstürze, da war ich so tilt, aber... Auf die Wiese gemacht! Und simsalabim! Im salabim! Nur ich irgendwie da her, Alter! Ja, wir müssen doch einen haben, oder nicht? Ja, jetzt gleich! Achtung! Der hat wahrscheinlich gerade seine erste Falle aufgehoben, ey! Oh, das ist bitter, Alter! Das ist richtig bitter! Mal sehen, was diese Leitung momentan so macht! Als ob die mir so Astrei hinterhertuckert! Oh mein Gott! Alter, Fick, das habe ich mich geschrocken! Huuuuh! Okay! Verwirrungstaktik! Mal sehen, dass wir jetzt sterben! So, jetzt haben wir keinen Platz mehr! Auf ihn mit Gebrühe! Warte! Genau, play mir jetzt richtig, Leute! Und bing! Und? Zehn Punkte weniger als bück dich! Hans-Sherry ist sofort tot! Oh! Ist ja geil! Ist ja geil! What?! Wie macht der denn das? Wie geht das denn? Warte mal, warte mal, warte mal! Hör mal auf, hör mal auf! Wie geht das? Alter, das habe ich ja noch nie gemacht! Oh mein Gott, ich bin noch nie auf diesen Move gekommen! Alter, ich habe das ja noch... Oh mein Gott, das habe ich ja noch nie gesehen! Der Tod dieser Flaschlampe, dieser Flaschlampe, Flaschlampe... Flaschlampe, Flaschlampe... Bedeutet, rote Jacke! Jetzt willst du mich, du Sau! Oh doch! Er will immer noch, Nick! Nick, was hast du getan? Es war an diesem Moment, dass er wusste, dass er mich verbrannt hat! Das toleriere ich nicht, Sascha! Natürlich trifft er mich vorher! Selbstverständlich! Schau war ich, Alter! Ab nach Moskau! Moskau! Kommt, wir gehen nach Moskau, Leute! Ab nach Genghis Khan hier! Hey! Moskau! Ha! Ich habe Geduld! Wuii! Wuii! Ha! 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 Er wartet halt... Lettet eine Minute! Ha! 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 Er wartet halt echt eine Minute, um sie aufzuheben und dann drückt er endlich Leertaste! Und dann stehe ich da mit der Lampe! Ha! Oh, Alter! Der ist so sauf! Der ist schlecht durch Paletten! Ja! Kann ich mich bitte noch weiter... Ja! Kann ich mich noch weiter weg porten? Bitte! Danke! Alter! Ich habe mich gerade mal weg von dieser Palette geportet! Tschüss! Ja! Ich bin wieder drinne! Was? Oh mein Gott, Leute! Das wird nichts hier! Ich verliere meine Macht! Gut! Das ist ein easy game, Leute! Das ist ja absolut einfach hier! Oh Gott! Oh Gott! Ich bin noch nicht durch da! Ah! Hä? Ja! Ich bin wieder drüben, Alter! Hihihi! Eladum! Eiskalt mal NEN Euro dagelassen, Kappa! Das ist mal ein Doppelpunkt! Gut! Fangen wir an mit Rosen! kurz und knapp! Rosen sind rot! Der Lörris ist steif! Ich butter die Bitches! Was für eins live! Mh! 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 Alter! Mein dicker Zeh ist sehr ekelig! Da ist ein Zeh eingewachsen! Eh! Mein Zehnagel! Mh! 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 Ich bin Schineser! Mh! Ja! Ich wusste schon immer, dass Jake ne Maschine ist, Alter! Die muss repariert werden! Huoh! Mal seine zwei Schrauben hier locker festziehen! Believe mein Make評ste so ein Ja! Ah! Ich wehre mich! Ja! Und Crazy- Na? Okay. Jo- God Ich wärme, oh mein, ich bin gerade voll am Wiggenzell. Und dann kommt Laurie. Ja, ich bin ein Mann. Da bin ich immer aus, Jungs. Wo ich sowieso hin? Es ist eine Abkürzung, Leute. Ich kenne eine Abkürzung. Jedes Abenteuer beginnt mit den Worten, ich kenne eine Abkürzung. Ich bin Half-Life. Ich bin Half-Life gewesen. Noch einmal. Ja. Ja, ich bleib mal hier, ne, Kollege? Ich bleib mal hier drüben. Attempt to escape. Okay, ich attempte mal to escape. Häng ich schon? I'm walking from sunshine. It's time to feel good. Haut er mich gerade? Jetzt häng ich in die Erinnerung, Alter. Ich häng ein bisschen ab. Alrighty, though. Der hebt uns wieder beide hoch. Ich weiß eigentlich, wie das bei euch so aussieht, aber ich glaube, ich bin irgendwo am rumstehen. Ich glaube, ich habe schon ein Rabi über dem Kopf, heute. Das bewegt mich schon gar nicht mehr. Oh Gott, ey, ich habe schon wieder ziemliche Schmerzen im Bauch. Ey, das ist mir eigentlich die Nurse, die ich mit ihren telegenetischen Kräften festhält. Okay, ich fliege. Alles klar, ich bin wieder auf der Schulter. Alles in Ordnung. Oh, der hat glaube ich nöt. Also. Okay, kein Problem. Ich hänge mir wieder ein bisschen ab. Ey, du schleppst die Pfade mit deinen Füßen mit. Oh, hebe mich wieder auf. Oh, Alter, ist der kräftig, Junge. Oh, 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 oh. Der nimmt sie beide mit, Alter. Oh, ey, kein Problem. Oh, jetzt hängt ihr uns beide auf, oder? Oh, mein Gott, oh. Oh, 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 oh. Jetzt, zieht uns einfach ein Shitkit ab. Alter, Leute, der Dwight hat uns abgezogen. Ja, meins war es Belohnung, dass man hier runtergeholfen hat. Alter, das war scary, Alter. Pro Gaming. Alter, ohne Witz, ne? Das war wirklich gut, Mann. Ich hab Shift und da vorne gedrückt. Ich hätte sowas noch auf der anderen Seite landen müssen. Habe ich dir überhaupt schon, oder? Bin ich ihm auch schon ein Stück näher gekommen? Du brauchst hier gar nicht sneaken. Mein Messer, Alter, flupp. Wie mein Messer weggegangen ist, ey. Klatsch. Halt, halt, halt. Wow, mein Messer, Leute. Okay, danke dir. Kein Problem. Warte, jetzt hol ich ihn noch runter hier. Alter, geh mal weg da. Alter, man pisse dich. Oh, fuck. Ey, das war nicht mehr Plan, Alter. Der Chineser, Alter. Tschüss. Ey, 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 ey. Der wird nicht rausrennen, der wird zu dem... Ja, der wird zum Haken gehen. Ich tue mal so, als würde ich das nicht immer zur anderen führen. Och, Mensch, wo ist denn der Jake? Ach, wie ärgerlich. Hol doch bitte nicht den Twitch-Zimmer vom Haken. Jake? Was soll ich hier? Jetzt will ich ein bisschen weiter nach hinten. Bisschen, bisschen, bisschen weiter. Ja, okay. Nein. Ja, komm. Okay. Noch ein Stück. Ja, ein bisschen noch. Ja, ein kleines bisschen. Noch, noch, noch ein Stück. Einmal noch. Ja? Wunderbar. Sehr schön. Panik, 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 Panik. Lauf um dein verdammtes Leben. Uah. Oh, muss man erst mal hinkriegen. Seid erinnert? Man erinnert sich an ihn auf jeden Fall. Boah, der will ist ein Album, Leute. Wait. Ha, da bin ich immer hier. Wie macht der das? Was ist das für ein Houdini? Ja, wie macht denn der das? Uäh. Uäh. Ja, wo ist er hin? Das ist mir in der begrenzten Sichtweite, weil er asiatisch ist. Okay, der war assistive. Ist du all right, dass ich mental outplaye? Mental outplay. Fuck. Und sie ist... Nein, hol sie nicht unter. Hol sie nicht unter. Nein. Das war schon sick, Alter. Ich muss sagen, ich bin so geflasht gerade. Schmeili ist frei, ja? Das war das, was ich meine, Leute. Schaut euch mal die Reichweite von hinten an. Habt ihr allein schon, wann der Hit geschlagen? Also, er schlägt zu, Animation komplett beendet. Danach fresse ich einen Hit. Und ihr wollt mir hier ein vom Latz erzählen. Über die Reichweite, über die Reichweite. Keine Explosion. Dankeschön auf jeden Fall, Cybermast für 10 Euro. Wir hatten ja einen Ultimate-Media-Ausfall, deswegen war das wieder ein Rekord. Aber... Ich stacke hier rein. Und... Macht ihr bequem auf den zweiten, klörischen Thron. Eisernen Thron, Leute. Halt die Fresse, ich hab gesagt, eiserne Thron. Einmal was vom Profis erwarten, Leute, ne? Boah, Firehouse, der achte. Wetten seine Kamera schon wieder aus? Jetzt ist er nicht aus, was ich gesagt hab. Was ein Spasti, Alter. Das ist ja mal ein Spacko, ey. Und wir, deine Kamera ist schon wieder aus. Isabel, Alter. Alter, ey. Na gut, der will den da bewachen, soll den bewachen. Ich darf schon sehen, wie ich mich bewege. Guck mal, siehst du das hier, wie ich mich bewege? Alter, hast du Michael Jackson? Komm, immer mal Michael Jackson. Beat it, beat it. Beat it, beat it. Beat it, beat it. Beat it. Alter, der Pitch, Leute, der Pitch. Oh man, das ist aber echt schnell mit diesen Addons. Echt düst hier weg. Okay, Leute. Stau' ich euch ab. Wie ein ICE ballern wir hier durch. Und so lange, wie ein Geschirrkollger ist, das einzige, was zwischen dir und deinem Tod steht. Was ich jetzt mit dir machen könnte, wäre, ich könnte dich jetzt aufheben und... Die zieht. Ich wollte sie jetzt nicht aufhängen, aber okay. Die zieht die, Alte. Tschüss. Ist die jetzt gerade Insta-Kill? Wir brauchen... Wir brauchen... Feuer! Denn wir sind on fire! Der Haken ist auch schon weg! Ich sehe Sterne. Oh! Alter, ich sehe Sterne! Ich glaube, mir ist eine Ader geplatzt im Hirn beim Niesen. Der hat Sachen. Ich war schon öfter in der Haut dieses Killers da. Ich habe zwar noch eine gekriegt irgendwie, aber... Der hat 72 Auer. Oh, will er sie aufheben? Ja, oh, er wollte sie schon aufheben. Hello, darkness, my own friend! Der macht voll die Riesenkreise. Der hat mich nach oben geguckt. Okay, der hat doch Freude. Der hat doch Freude, der Killer. Ja, der ist wirklich. Wie er jetzt nach unten geguckt... Der hat so eine Riesenglocke in der hat die einfach so verschwindet, ne? So, bing! Die stöhnen ja auch nur lautstark rum, ne? Oh! 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 Ah! Aua! Mmh! Ah, Nurse! Au! Ah, tut das weh! Mmh! Die hat keine Ahnung, wo ich bin. Au, Nurse! Ich bin genau hier! Ah! Damit du mich auch bloß hörst! Au! Ah! Ich bin vom Himmel herabgestiegen, um meine Jünger zu retten. Yo! Woher weiß sie so exakt, wo ich bin? Übertreib mal nicht deine Nippel, Alter. So, ich werde nämlich jetzt D-Striken und werde Twist rausholen. D-Strike! Twist, D-Strike! Oh, oh, oh! Wo ist er hin? Ich sehe nichts mehr! Oh, scheiße! Oh, wo ist er hin? Wo ist er hin? Alter, da sieht er nichts mehr, Alter. Komplett die Netzhaut weggebrannt. I rated 4 out of 5 hier. Oh, oh, oh! Wo war ich? Ich habe ihn gehört, ich habe ihn gehört! Aber ich sehe nichts, ich sehe nichts! Machst du heute länger als 22 Uhr? Je nachdem, Leute. Wenn mein Internet weiterhin abscheißt, wird es ein bisschen schwieriger, ne? So, Twist. Seine erste Falle aufgehoben und ist losgelaufen. Der hat seinen ersten Falle aufgehoben und ist so kurz gelaufen. Kling, 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 kling! Kling, 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 kling! Ich gehe in die Ecke und schäme mich. Ich gehe jetzt mal in die Ecke und schäme mich. Koppst du noch rein? Ein Platz noch frei. Werde verfolgt. Okay. Bis jetzt leckst du noch nicht. Ich hab zwei Nullparks dabei. Länge wie Scheiße, weil ich einen Leg Switch anhabe. Und campe die Survivor ab. Und heute mach ich eine Larnparty mit meinen Freunden. Also mit mir selber. Ich lege übel, Leute. Aber nicht zu streamen. Stop the car! Stop the car! Sehr schön, sehr schön. Habt ihr gesehen, wie der zu mir war? Wie jetzt zu mir rüber? Ich guck jetzt so, was willst du denn? Alter, gib mir deinen Scheiß. Davon verpiss dich, Alter. Boah, hier war ich alles. Na, hat sie kurz Panik? Alter, lass mich in Ruhe, Mann. Was soll das? Was soll denn das, Mann? Gott, was soll denn das? Alter, ich wollte so hart ausweichen. Das ist nicht auf der Straße. Aber nach rechts... Nee, keine Worte dazu. Keine Worte, Mann. Überhaupt keine Worte. Ist es Bond? Oh, shit. Ja, es ist Bond. Ja. Was? Wie hat er das gemacht? Äh, was? Keine Ahnung, ich hab's selber nicht gesehen. Das ist ein richtig cooler. Oh, ein Russe ist das. Ein gut spielender Russe? Uuuh. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Mann! 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 Hast du... Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Der Typ leckt und lässt mich fallen? Alter. Ey, yo, er lässt mich... Er droppt nicht wegen des Tiefs. Wir müssen so viele Runden wie möglich hier. Der holt ihn so gut wie gar nicht auf. Wir müssen auch enge Kurven laufen. Also, ja, Leute. Eng ist hier ganz gut. Hope ist vorbei! Hope ist vorbei! Hope ist vorbei! Oh. 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 Hope ist vorbei. Ja, gut, Leute, ne? Das kriegt fünf von fünf. Five out of five. So, dann komm mal TS. Oh, jetzt darf ich den Schändchen singen hier. Oh, jetzt darf ich den Schändchen singen hier. Ja, hab ich auch gedacht. Jetzt müssen wir wieder das Passwort rausnehmen. Bin ich immer. Ah, der Treiport sollte mit dem ich nichts zu tun haben. Nein! Das kann doch wohl nicht wahr sein, Alter. Was war denn das für ein Early-Skill-Check? Bing, bing! Oh, verkackt! Oh, wie schade, ne? Alter, das kann doch kein normaler Mensch schaffen. Bing, bing! Oh, hast du dich getroffen? Aber der hätte auch mal reagieren können, ne? Überzeiht. Oh, na. Oh, mein Gott. Ja! Als ob nicht spoilern, sagt die Sandrine doch. Natürlich spoiler ich. Ja! Alter, wie weit die schlagen. Das sind Seiler, Leute. Das sind sie, die Killer. Das sind sie. Bing! Oh, tut das weh? Entity? Alter, ich übertreibe halt mal, Entity. Was? Aber das weiß der Killer ja nicht. Oh, von dieser Rettungsmusik. Okay, Leute. Wir nehmen jetzt die Century Fox Musik und werden Badaboom retten. Badaboom muss überleben. Wir werden unsere Century Fox Musik anmachen und werden Seeking retten. Taktisch clever durchdenken. Übertreib mal nicht deine Nippel, Alter! So, ich werde nämlich jetzt die Striken und werde Twist rausholen. Die Strike! Twist, die Strike! Die Strike! Du hast ne Lampe gehabt? Nee, du hast disconnected. Okay. Ich bin geschlagen. Wie hört sich meine Stimme an, wenn ich ha 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 mache und dabei diese dunkle Stimme? Ha ha ha! Master, ich danke dir Recht herzlich Für 2 Euro Lade nicht mehr gesehen Moin, dir Antonio Ich meine natürlich, ja Dir Antonio, hallo So kann ich auf jeden Fall nicht ständig reden, Leute Das tut weh Wie hört sich meine Stimme an, wenn ich Hahaha mache Und dabei diese dunkle Stimme Hahaha Master, ich danke dir Recht herzlich Für 2 Euro Lade nicht mehr gesehen Moin, dir Antonio Ich meine natürlich, ja Dir Antonio, hallo So kann ich auf jeden Fall nicht ständig reden, Leute Das tut weh Warum hat der Hund den Haufen Mitten auf die Wiese gemacht Und sind Wen interessiert denn die Rank Wir haben den Killer blamiert Der Killer kommt auf den Boden, Alter Ich bin enttäuscht Der stellt sich in die Ecke und schämt sich Der hängt da immer mit dem Kopf nach unten Ja, ihn hat es jetzt natürlich richtig bitter erwischt So, was ich würde sagen Oh mein Gott Wie Unglaublich schlecht, Alter Drei Drei Striche Hey Ina Kannst du mir eigentlich nochmal ein paar Giveaway Äh, Case senden? Will wieder ein Giveaway machen Alter Oh Gott Alter, Leute Ihr könnt euch gar nicht vorstellen Oh, ist das Um mich zu campen Um mich zu campen Muss er mich erstmal bekommen Ja, Alter Ja, Alter Verpiss dich Lass dich nicht nochmal erwischen, bitte Ja, Alter Leute Lass dich nicht nochmal erwischen Als ob ich gerade erwischt wurde Du kannst doch keinen erzählen Von nem Handy Ja, Leute Hier Da kommt der Detail eben hier raus Und hier nochmal Regler Ja, die legt sich die dann ab Wie wir beide hier oben hängen mit unseren Smokings Oh Gott, die kommt Ich bin gar nicht gekleidet Oh Gott, ich bin tot Das war's RIP Alter, du hast nur den Siderstrike, Mann Dann hab ich doch nicht Ich bin Ace Tschüss Aber die moe ich mich doch erst nicht, oder? Am Rand der Karte Oh ja, wie unmöglich, mich jetzt unterzuholen Die macht vorne ein Siegel Da musst du einfach nur vorbeigehen Ja, ich sehe es, ich sehe es Okay Aber vor mir ist kein Siegel Also schnell, schnell, schnell Wieso ist vor dir kein Siegel? Wollte nur, dass du dich einkackst Oh mein Gott, stimmt Ja, hier war auch ein Siegel Oh mein Gott Man kann anscheinend die Illusion mit der Taschenabit zerstören, ne? Willst du da ein Zeichen hin? Oh, hier ist ein Zeichen Na, wo ist das Zeichen? Oh mein Gott, oh mein Gott Alter, ich wusste das doch Das war ich nicht Alter Ich wusste es doch Das ist witzig, oder? Das ist witzig Das ist echt witzig, die erzählen Wie die schreien Quiiiitsch Sag hier Kann mich mal jemand heilen, Alter? Wow Yo Fuck you too, sir Fuck you too Oh mein Gott, alter Alter, Leute Dieser neue Killer ist halt mal übel Alter Ich habe mir den ganzen Tag nichts gefressen Ich habe mir den ganzen Tag nichts gefressen Das Einzige Mein Nahrungsmittel heute bestanden aus Kakao Ich sage euch Ich will heute nicht hier mit leerem Magen So Ich suche Die da jetzt an Anrufen So Leute Haltet mal eben die Fresse, okay? Ihr aktuelles Gesprächsguthaben reicht nicht aus Um sie mit ihrem Gesprächsteilnehmer zu verbinden Die von Hat sich dann wohl entliegt Ihr aktuelles Gesprächsguthaben reicht nicht aus Wenn da jemand stirbt, Leute Gibt es ein Free Auto Denn er kann nur ein Auto mitnehmen Also hin, da und Auto snacken, Jungs Jau, Alter Da steht der Amp Alter, mein Auto Alter, wie mein Typ da einfach Okay, Leute Letzte Runde Jetzt aber möglich Also wir machen das nicht ein auf CDN Dessert Ist nicht so Schatzi, Herzchen, Herzchen Oh, Schatzi Oh, Sahnehäufchen Och, meine Kirsche Was geht denn ab? Oh Oh, du Butterblume Bist du auch mal wieder da? Och, mein süßer Hase Hallöchen Oh, was geht ab? Hi Oh, Aesioff, du bist auch hier? Ja, hallo, ich bin Neto Two red ladies Hey Das ist ja mal mega Guck mal, hier hoch Toll, ich kann mich nicht mal self-kehren Und jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht Kann mich nicht self-kehren Boah, geil Hier gibt es auch noch mal Alter, übertreib halt mal deine Nippe Alles wieder in Ordnung Sie ist anscheinend nicht dahin gegangen Erstmal raus, wie die Karte funktioniert Ganz ehrlich, du, ja? Ich meine, ich konnte Abwimmeln Weil der weiß auch mittlerweile, was ich vorhabe Der weiß, dass ich meine Dodges hier versuche Ich will jetzt den natürlich nicht im Kehl Oh, oh, hoi Okay, Leute Wir machen das Boah, jetzt geht's ab, ey Oh, shit, Leute Da baut sich der Also, ich finde Trap Nation Hammer Einer meiner Lieblingsmixer sind Trap Nation Also, nicht meine Lieblingsmixer Sondern meine Lieblingsmixer sind Trap Nation Er kommt raus Er haut doch nicht zu Warum man Ach immer Er haut nicht zu Er haut dich aber schön um, ey Komm, hau mich mal um Der kann mich nicht aus Alter, ich stecke in diesem schwitzigen, blutigen Trapper drin, ne? Du glaubst gar nicht, wie es auf seiner Hose stinkt Wieso haut da jetzt nicht zu, wenn ich hier rübergehe? Ja, dass ich soll's Soll's dich nicht befreien Geh weg Geh zum Der Typ steht Der Typ steht halt Warte mal, wenn ich ihn fallen lasse, steht der? Nochmal Mach das nochmal Ey, du Houdini Bleh Jo, die Kamera verruckelt sich so übel Oh mein Gott Puh Hälst du mich verarschen? Huh 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 So, und dann play with your food, weil Dann ist das Perk schon mal raus Alter, globale Reichweite, Leute Höh Höh Uh Oh, alter, PogChamp PogChamp Alter, das war ein Ebony Oh 15 Sekunden, cool, dann ist ich hart Oh mein Gott Oh, du wirst nicht, ich krieg dich frei Ich werd sterben, glaub ich, ne? Tschüss Guck mal, er red raus Ich bleib hier, Alter. Nee, 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 ich farm nicht mit dir. Halt mich. Als ob die nicht durch das Fenster porten kann. Natürlich kann die das. Ja, guck mal. Die Headbang. Hast du dich gesehen, oder? Nee, hab ich nicht gesehen. Oh mein Gott, du hast die nicht Headbang gesehen. Er sieht sogar vier Sekunden nichts. Das kann ich dreimal machen, aber dafür sieht der vier Sekunden... Der Typ ist ja... Alter, ist der lange blind. Wenn du so siehst, wie der... Mit so einem Loch im Gesicht geht der so weg. Läuft vier Sekunden planlos durch die Gegend. So ein Loch, Leute. Klippt das mal, Leute. Und schick das mal 72 Stunden an. Ja. Schick das mal 72 Stunden. Dann sagt man, das muss er mal ausprobieren. Guck mal, der kommt da schon. Wie wir hier zu dritt oben drauf stehen. Ja, guck mal hier. Komm. Oh, er kommt hier oben drauf. Oh, lol. Oh, Gott. Oh, Gott. Dude. Oh. 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 Oh, ho, 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 ho. Oh, shit. Flavositron. Oh. Verde, verde, verde. Oh. 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 Wir beobachten das Ganze bisschen. Oh. 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 Er hat einen guten Ping, Leute. Einen butterweichen Ping. Butterweich. Oh. Alter, ich war gerade auf 99% gehalten. Wenn er mich jetzt damit umgekloppt hätte, wäre er vorbei. Ich sag's euch. Hätte der mich jetzt bei 99% umgehauen. War zu mir. Er rett einfach die Kreise. Er schaut nicht mal in meine Richtung. Warte mal, rett er jetzt einfach mir vorbei? Guck mal, er geht einfach mir vorbei. Er geht schon davon aus, dass ich das mache. Er hat mich nicht gesehen, Leute. Die Entity macht aber echt beschissene Wege. Die Entity geht erst hier hoch und dann hier runter. Wenn die Entity hingegangen wäre, wäre der erst automatisch mitgestorben. Dadurch muss ich jetzt wieder ein Ding mehr skillen. Weil die Entity so einen richtig beschissenen Weg macht. Alter, so viele Punkte für dieses eine Blattweb hier. Und die Entity! Und die Entity! Und die Entity! Ich kann's nämlich nicht mehr sehen, das ist völlig baff. Guck mal, wenn der näher rankommt, um mich zu sehen. Glotzt der mich so an, Alter! Wie der da rumschwebt. Du, dreh dich mal um! Komm, dreh dich um! In deine Fresse! Oh mein Gott! Jetzt ist sie zum Profikiller mutiert. Oh, ich hab sie auf dich gehetzt. Sehr schön. Und jetzt, heb ihn auf! Heb ihn auf, komm! Damit sie dich anguckt! Die, 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 die! Ha ha ha! Ich will hier natürlich nicht sterben lassen. So, kann's gehen. Mein Bluthund. Jetzt hat er Blut geleckt. Dankeschön auf jeden Fall Cyborg Mess für die 10 Euro. Und ich wünsche dir einen herzlichen Aufenthalt auf den zweiten Eiserne Thron. Denn Hab grad gefällt, aber keine Explosion. Dankeschön auf jeden Fall Cyborg Mess für 10 Euro. Wir hatten ja einen Unity Media Ausfall, deswegen war das wieder ein Rekord, aber und und dieser Chinese, ne? Das ist eine STRG-Taste Festklippert Agitation. Also man hat man hat man hat mich verstanden. Was hab ich gehört für einen Stotter? Jetzt guck mich nicht mit deinen unschuldigen Augen an. Du bist ne? Leute. Du bist selbstständig gegen die Tonnen gelaufen. Also brauchst du mich gar nicht so angucken, okay? Schau jetzt weg mit deinen toten Augen. Und deinen verdammt hammercoolen Bart. Den hätt ich gerne. Das sieht aus wie so'n Dwight, der zur Arbeit geht, Leute. Die schludert hier die Treppe hoch. Und schon wieder ein trauriger Tag, wo ich wieder meinen langweiligen stinknormalen Arbeitsrhythmus entgegennehme und irgendwelche rostigen Generatoren repariere. Dann wollen wir mal. Und mein nerviger, glatzköpfiger Arbeitskollege, der mir ständig irgendwelche Anweisungen macht, obwohl ich doch sowieso schon weiß, wie das funktioniert. Oh, hat was, hat was, hat was. Ah, dieser halt, der Furz. Ja, jetzt kommst du hier nicht aus, ne? Nur im Entgegennahme dieses Mad Kids. Nur gegen Bezahlung, mein Freund. Nichts auf dieser Welt ist umsonst. Außer wenn der Killer kommt. Dann renne ich. Aber dann bin ich noch der Erste, der rennt. Wie er hier irgendwie versucht, an mir vorbeizukommen. Wie er versucht, wie er versucht, an mir sich vorbeizukommen. Ich will unbedingt wissen, wie er gerade vor seinem PC aussieht, Leute. Aber, na, Leute, ich bin so teuflisch. Zwei Minuten nicht unter meiner Obhut und schon ist er tot. Nicht mal zwei Minuten, eine Minute. Dann lässt du den Typen mal eine Minute nicht so auf sich selber gestellt. Oh, Falle! Fast reingehend auf. Na gut. Hast gewonnen, Killer. Hier ist keine Palette. Wenn mir das Pause macht. Außer ich renne zum Trompeltier und one-tappe ihn und nutze ihn als obligatorisches Schutzschild. Wie das genau geht, erfahren Sie in meinem folgenden Tutorial. Obligatorisches Schutzschild! sehr schön. Hast du den Kopf gesehen. Wow. Wir brauchen wieder ein paar Überraschungen. Okay. Genau hier am Fenster gibt es eine Überraschung. Mein kleines Ge... Wo ist das? Alter, wow! Oh! Wurde sie aufheben. Alter, fuck you! Stimmt ja, die liegt ja da oben. So, Seide. Da sind Spuren. Da ist sie drinnen. Ich hab dich gesehen, Sneaky Claudette. War mir so klar, dass sie hinter diesem Sofa ist und sich dunklt. Ah, ich wusste es! Du Dreckige! Oh mein Gott, die rett mir vor. Oh, Alter! Der hab ich so eine Frontalschelle gegeben. Die hat einen Backflip gezogen. Na Leute, hinter meiner Schelle ist eine Wucht. Alter, ja! Jetzt kannst du gehen. Jetzt kannst du... Jetzt kannst du gehen. Den Spaß wollte ich mir noch erlauben. Diese ganze Vorbereitung für die 10 Sekunden, aber es hat sich gelohnt. Ich würde es wieder tun. Blähpuh! 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 Was? Warum? Ich muss gerade noch was trinken, Kistenspiel, Leute, oder lassen wir den so gehen? Wir lassen den so gehen. Ich kriege eh keine Taschenlampe. Nein, 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 nein. Wir geben denen die Hedge. Oh, hier geht den ab. Hier geht den ab, Leute, auf der anderen Seite. Hallo, Rucksack. Oh! Der gibt mir den One-Click! Der gibt mir den One-Click! Alter, tschüss! Ich hab gesagt, da liegt eine Falle. Übrigens, da liegt eine Falle. Ich sag dir, gleich neben dem Typen, der aufgangen wurde, liegt eine Falle. Gleich neben dem Typen, wo der aufgangen wurde, liegt eine Falle. Ach so! Alter, das sagt mir gar nichts! Kannst du mir helfen? Vorliegen? Vorliegen der Falle. Schreib mir deine E-Mail über Whisper, okay? Oberlippenbar 3000. Gut, jetzt aber, Leute, Oberlippenbar, du kriegst jetzt auf jeden Fall dieses Hack-Ding. Also, du kriegst jetzt nichts anderes, ne? Ich schließe das Fenster jetzt nochmal. Ich mach nicht nochmal das Giveaway jetzt hin, ne? Tragt euch doch nicht für das Hack-Giveaway ein, wenn ihr den Hack nicht haben wolltet. Ja, also. Ist mein Stream jetzt nicht ab 21 schon? Wenn ich mir Porno-Plus grusel? Dann fällt so, ach ja, heute ein weiterer Arbeitstag, wo ich wieder dasselbe mache wie jeden Tag. So ist ja der hochgeschnudert, weißt du? Der Dwight soll mal ein bisschen mehr Elan da hochlaufen. So, ja! Generatoren reparieren! Wu-Hu-Hu-Hu-Hu-Dingdi-Dingd-Dingdi-Dingd-Dingd-Dingd-Bamm! Es läuft! Jihoo! Ja, so soll der Dwight durch die Gegend laufen. So soll der Dwight durch die Gegend laufen, und nicht, wie so ein arbeitstrottender Typ. Joss, äh, ich mein, ich kann euch nicht verbieten, Rippt zu schreiben, weil Rippt ist so ein Twitch-Ding. Aber schreibt nicht 2 Minuten lang ohne Unterbrochen-Lag. So einen auf, Club-Clur, du musst es sehen! Oh, der Clur, der Clur, der Clur guckt nicht in den Chat! Leck, 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 Leck! Leck, Clur! Claire, es leckt. Claire, es leckt. Claire, tu, was da ging. Ich sehe das in der ersten Sekunde schon. Ladies, form your tits. Jetzt raufen sich mir die Haare. Nein, ich bin erster. Nein, dann ziehen sich mir die Haare an den Haaren. Nein, lass du los. Nein, lass du los. Bis sich einer wehtut, weiß der wieder. Bis sich einer wehtut. Dann muss der Wann wieder hier die beiden raufenden Hamster wieder so auseinanderdrücken. Ihr Ladies, findet eure innere Mitte. Ich gebe dir das innere Mitte. Habt ihr euch mal prügelnde Hamster angeschaut, Leute? Die sind wie eine Kugel. Alter, fuck yeah. Nostalgie. Spür auf, nicht du. . Komm ich trotzdem nicht raus Gib ich einfach mal um, damit er mich nicht von hinten überraschen kann Oh mein Gott Oh, ich bin wieder vor live Tschüss Blockt mich nicht So Launted Daisy schreibt Ich war schon Also Sorry, ich kann das Wort nicht aussprechen ohne zu kotzen Blind Offering Wellen Stopp Oh, daneben Blind Offering Wellen Ach, ne Wir haben noch eine zweite Chance Wir haben noch eine zweite Chance mit Offering Wellen Stopp Ah ja, New Moon war das, New Moon Mann, 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 Alter Leute Beim ersten Mal sofort New Moon Darkest Moonlight Tschüss Immer diese Spin-Birds Die haben auch heute noch Spin-Birds, Leute Ist das nervig Das kannst du keinem erzählen, was das für eine Scheiße ist Äh, ich mein natürlich, ne Ich brauch So viele, wie ihr hergeben könnt Bitte Oh, ich hätte auch so gerne Odd-Vibes Und ich hätte so gerne Intense Halogens, Leute Könnt ihr mir vielleicht ein, zwei Dinger geben Oh, das wäre mal lieb von euch Soweit ich das von Marcus gehört hab Nutzt Dead by Daylight zwei Kerne Und Wenn dein CPU Statt ein Kern und ein Hyperthreading Kern Zwei normale Kerne nutzt Bringt das in Dead by Daylight was Da ich aber mit diesem PC Alter, wie sie Wie sie da runter moonwalkt, ey Da sie aber Alter, was ein Spaß, ey Bitteschön Bitteschön, mein Freund Bitteschön Ich fang mir ein Hit für dich, Brutti Brutti, ich mach das schon für dich Ich hol dich da raus Ey, Brutti, der hat kein Iron Grass Hol mal ein Hit ab Oder zwei Schwör aber nach Koi Ich komm frei Fuck off, Alter Das ist ein Infinity Joker, Leute Denn das, was ich jetzt sage Kommt 15 Sekunden später bei euch an Penis So Und jetzt könnt ihr doch nicht darauf reagieren Weil ihr gar nicht wisst, was ich gesagt habe Ha Diese Zeit verschieben Ich bin runtergefallen Oh mein Gott Ich fall runter Cheers Ich glaube, so bleibe ich sitzen, Leute In meiner Schmach In meiner Schmach Dass ich roll einfach diesen Berg runter, Leute Ich rutsche einfach diesen Berg runter Einfach so Einfach So So Leute, drückt schon mal Spielbeiträgen Oh shit Oh shit Alter Das war soldat Alter, oh mein Gott. Ey, Leute. Der ist eh down, der hing schon zweimal. Für den gibt es keine Hoffnung mehr, wenn er jetzt down ist. Ich war einkaufen, ich habe mir mein Wasser geholt hier. Das ist aber wieder ganz witzig mit Vendoms zu spielen. Alter, wie geil ist denn mein Gesicht da durch? Warte, warte. Alter. Guck mal, er hat Schmerzen. Nee, den tut's mir. Oh, das ist noch ein bisschen Deo hier. Ein bisschen Deo, ey. Wie gezillt er sich das Deo aufträgt, während du auf das Fenster einklopst. Ey, das sieht so geil aus. Der Team ist genial, Alter. Der Beefjob. Schwierig, es hängt ja. Ja, ich krieg nicht, ich krieg nicht. Und der Mr. Beefjob. Oh, sorry, ich muss mal ein bisschen frisch machen hier. Der Mr. Beefjob. Maximalisch. Und ich schenke alle aus. Excuse me, Sir. Er macht auch die... Heute hat Unity Media einen absoluten Lack-Rekord. Na? Wir haben heute 52.000 Frames gedroppt, Leute. 52.000. So viel habe ich in einem Monat nicht gedroppt. Heißt, Unity Media legt heute... Richtig los, Alter. Fuckt mich das ab. Verdammte Scheiße. Fuckt mich dieser Verein ab. Dann verkatert sich das schon mal öfter. Und dann hast du erst recht Muskelkater. Leute, ohne Muskel können wir auch keinen Muskelkater haben. Das ist ein schlauer Entschluss. Von was hast du Muskelkater? Ganz klar vom Fappen. Selbstverständlich, Leute. Na? Weil ich fapp halt nicht so wie andere so. Sondern Fappen und Muskelkater... Richtig schnell. Ich weiß mal, es gab mal... Die Fontäne ging halt höher. Was auch schon wieder... Was auch schon wieder super ironisch ist. Also bei Mario Party ist ein Game, wo du Dosen schütteln musst. Und desto schneller du schüttelst, desto höher ist die Fontäne. Ja. Das war schon wieder so klassisch Mario, ne? Hashtag Softporno. Aber da haben die Mädels nie gewonnen, Alter. Wenn der Mann da ran geht an die Wii... Ja. Da hast du, da habe ich die Dose, ne? Die Fontäne ist über dem Bildschirm hinaus. Mobile Daten. Alter, ist es verheiratet? Er hat einen Ring. Das habe ich schon vorhin gesagt. So, Twist, ich komme. Ist das ein Siegel? Bei dir! Ja, hab ich nur gesagt. Na gut, war nur ein. Oh mein Gott. Wir sind zwei, Twist. Jetzt keine Ahnung. Lauf! Lauf! Alter, die hat hier alles zugetrippt. Alter. Ruur! 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 Ruuru! survive ok eine tür ist offen also zu mir meinten sie halt bestellen müssen sich aber dann abholen keine sorge das war sie nicht oh mensch da bin ich ja beruhigt diese diese futter ich dachte das hält mein herzlich aus so hassen als killer wenn ich den killer wäre ich würde alles geben um mich zu töten ich würde alles dafür tun um mich zu töten leute ich würde nur noch mich jagen ich würde jeden ignorieren nur noch mich beim vorbeigehen blickblit deswegen also die als nurse hier oben ordentlich zu porten ist verdammt schwer deswegen warten die meisten nur noch bis du da bist weil dahin zu porten ist einfach ab ist eine große fläche genau das meinte ich fliegt da immer oder tschüss du musst jetzt hier deliver du regelst das er kann nicht alle können er kann ich da stehe ich wieder tschüss ich habe einen medic du tipp 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 ich habe meinen medic aber ich kann sogar hier im kreis mit ihm laufen der insta war der insta war als gebliebling ich habe tränen in den augen ich sehe nichts du kriegst direkt ein mori alter er denkt sie war dass die da gelaufen ist also ich kann nicht erzählen wo ich warum ist nicht jeder mensch hat mein aim ist on fleek alter schwede ich hab noch 5.000 punkte bekommen ja ich kenne da jemanden der die nicht hat seit unglücklich darüber weil der killer legt aber bei ihm steht ihr noch hier weil der mac spielt müssen wir das synchron machen damit es besser verständlich ist und ihr seid todes unglücklich darüber dass er legt so und so ist das das hier ist dann der ping so einfach ist das ihr steht bei ihm hier aber hier obwohl ihr bei ihm hier steht aber ihr steht hier das ist der unterschied dass sie hier steht obwohl ihr hier steht und dann machte die so meine damen und herren wir sind fertig telefonat zu ende eine gute nacht gewünscht ganz viele küsschen bestellt und dann haben wir den klöpfe da rein wo vorher ankündigen hat mich nicht gerettet alter vielleicht sind deine hände zu feucht klöpfe naja eigentlich nicht aber könnt ihr mal probieren mal ganz trocken machen hier wirklich mal den mittelfinger die zeigefirma jetzt mal furztrocken hier guck mal und dann vielleicht kriegen wir ja die scheibe zum quietschen so das spüre ich läuft das gerade flüssig hier leute hat er selbst nicht mitgerechnet leute der ist genauso baff wieder löften zweimal auf mich zu mit erhobenem haupt alter so lobe ich mir das er ist das sieht der schlösel hau ihn um klopf sie richtig zu brei digger bruder hier hau den mitten in seine miese fresse nicht hier ich die stricke mich eh davon kann ich meine mittlerweile wieder umstellen was hat mich jetzt hier runter gestoßen was war das jetzt wie ich wieder hoch ach nöö ist laden die vor mir näeee ich was hab mich denn hochgekickt Alter ich komm nicht mal bis zur nächsten palette der typ ist ja halt mal instant recovered ping aaaah ha noch 40 minuten bis zum dlc star guardian den er ist star guardian jetzt sind wir hier wie süßer sich so rumbewegt wie so wie so ein eingefangener hase und natürlich alles mit käse wie er sich einfach nur umdreht gegen die wand läuft aber gut dass es kam und natürlich alles mit käse wie er sich einfach nur umdreht gegen die wand läuft aber gut dass es kamer die latscht ist das ist so weit weg blind er ist einfach blind wie er noch so blind rumläuft blind wieder wenn er blind ist läuft er nur so rum also ist das geil wie er sich auch immer er muss sich instant umdrehen er muss ja schon er muss predikten was ich ihn blende blind er sieht nix der sieht nix alter ist das er kommt auf mich zu wie ist das wie ist das da alter das ist ja mal die killer die können wir direkt mal mit rein schilden oder von ist er doch langsam uuuu bing ha 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 guck mal da ha 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 jawoll bing ha 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 Der macht nix! Oh, Street by Springs, Leute. Guck mal, wir haben echt wenig verbraucht. Blind. Alter, ist das geil! Oh mein Gott, ich habe meine Waffe... Jeder Killer-Rage-Kill, die haben alle gar keinen Bock mehr. Alter, ja. Grenzierungslosigkeit, ja. Wird hier grad so rumgereicht, der Killer, der wird hier so rumgereicht. Ja! Bling und wieder... Alter, 4, oder? Alter, 4. Ah, nee. Jetzt ist der Tilt. Die ist Tilt. Die ist nicht mehr böse. Die ist jetzt einfach nur noch Tilt. Die nehmen wir, Alter, wie so ein Superstar. Bling-Blind. Wie kackenfrech das ist. So bling und tschüss. Wirklich, du bist eine neue Evolution von kackenfrech. Bling-Blind. Alter, das ist so kackenfrech. Wie war denn euer Dienstag? Habt ihr da gut gedienstet? War da stets zu Diensten am Dienstag? Oh, mein persönlicher High-Five-Client. Komm, gib immer ein High-Five. Dankeschön, Bruder. Dankeschön. Reicht, reicht jetzt aber auch. Reicht, hab ich gesagt. Ein High-Five, Leute. Und der gibt mir drei. Komm, mach ihn, mach ihn, mach ihn. Oh, der Killer. Moonwalk, dich weg, Alter. Moonwalk, dich weg. Jetzt muss man rein. Was ist besser, Sprint Burst oder Self-Care? Self-Care. Halt dein Maul. Halt einfach dein Maul. Self-Care. Halt dein Maul. Alter, komm. Ich hab nicht mit Absicht draufgedrückt. Ich bin gerade beim Reintappen und auch so sehr auf den Button gekommen. Alter, halt dein Maul. Fuck You, ey. Das ist so... Leider, die Buttons, die ich ab und zu aus Versehen drücke, sind passen auch immer so irgendwie an dein Maul. Alter, wie mich erschrocken. Wurde das Gesicht zerdrückt, Leute. Das sehen wir schon, ne. Todesursache, zerquetschte Hals. Ronaldinho befördert ihn ins Tor. Oh, 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 Goal! Ach so, ja, stimmt. Ich hab ja ganz vergessen. Ihr könnt ja gar nicht sehen, was ich hier tue. Und das streikt wieder mein Adrenalin zu. Hehehe, ich kann auch so dämliche Bewegungen machen. Und dann einfach rausgehen. Zieh einfach durch. Ich kann nicht allerseits mitmachen. Ja. Warte, warte, warte. Wir blockieren ihn. Nicht. Es. es sei elegant aus der seite auf jeden fall am ansatz schon mal elegant aus auf jeden fall am ansatz schon mal elegant aus der face hat er nicht gemerkt tschüss sie ist an der palette so ein pataklör pata siehst du hula palu also tatsächlich finde ich das sieht sogar gut ist so ein stau auf der a4 ein begeisterfahrer ist unterwegs wir alle umatmen hier kann man bei 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 wie kann man bei 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 Es ist wie dieses, wie heißt es nochmal, hau den Mexien oder so. Spaß in der Ernsthaftigkeit. Ja klar, dass ich ihm entgegenrutsche. Ab da aber vorbei. Ab da konnte ich nichts mehr machen. Die Fresse. Oh Mann, ey. Ja, war vorbei einfach. Gut. Dann muss ich sagen, oder? Das war's, ne? Das war's. Dann muss ich sagen, bis morgen. Danke nochmal für den ganzen Support. Support, ne? Support, Leute. Support, support. Also, es freut mich immer wieder, euch hier zu sehen. Deswegen, Dankeschön auf jeden Fall für euren riesen Support. Und, wenn wir sagen, Leute, nicht vorzahlen den Adi-Fragen. Ich hoffe, man auch den Känz, ne? Der gute Boy hat mal ein Haus verdient. Ihr Kranz.